Leute, ihr seid auf dem ersten und mittlerweile auch zweiten Part. So krass mit den Likes eskaliert, das freut mich so tierisch, das glaubt ihr gar nicht. Ich glaub, sechs Likes hab ich momentan auf dem ersten Part. Immer wieder schön, sich selber in die Deckenlampe springt zu hören. Das ist wirklich entspannt. Nachbar Guta will ich eher fürs Kokain. So, ey, hättest du gedacht, dass du den Salamibaum rammelst? Ich guck nicht in den Chat. Ich hab still in den Chat geguckt. Sau in den Spiegel, denn das bist du. Denn du bist ein Sohn. Wir unterhielten uns sehr intensiv und zogen uns ein wenig aus der Menschenmasse zurück. Oh Gott, ich dachte schon, wir zogen uns aus. So, ich nehme den Grill seines Kollegen und quetsche ihn aus. Bruder, was steht in deinem 14. Kapitel? Und dann sagt er, da hab ich einen Six-Spot programmiert. Bist du mit David zusammen? Ja, wir vögeln täglich. Rude. Sie sehen aus wie Pfirsiche. Duften wie Pfirsiche. Ich glaub, sie schmecken sogar wie Pfirsiche. Eigentlich sind es einfach nur Hintern. Scheiß Polizisten. Krabben-LP. Ey, Bananen-LP. Eine Qualle als Mütze zu tragen. Ja, das sind die Dinge, für die ich dann auch berühmt sein möchte. Alles ist möglich, wenn du komplett high bist. Wenn du einen Joint rauchst und noch vier Gramm Koks mit reinpackst, so zündet das. Er hat uns jetzt aber nicht gerade wirklich zum Drogenkonsum animiert, oder? Polizei Hamburg, würden Sie diesen Mann bitte genauer im Auge behalten? Oh, dass jemand eine Haare sieht wunderschön neben deinem Namen aus. Soviel auch zu meiner Eichel. Die hat sich damit auch wieder erledigt. Meine Damen und Herren, ihr seht heute sehr gut aus. Wirklich schmackhaft seht ihr heute aus. Hattest du nicht mehr mehr Abos? Ja, ich war mal bei zwei Millionen, aber jetzt bin ich wieder bei 60.000. Ich habe YouTube gesagt, ich möchte nicht so viele haben, da fühle ich mich nicht wohl. Hui, 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 hui. Verdammt, ich hätte wohl vielleicht mal in den Knast reingucken sollen. Ich mache einfach den Selbstmord ab. Siege einen Gegner. Ja, das dürfte doch machbar sein. Ach, ah. Da ist der Key. Die fragen sich aber nur, wo ist der Schlüssel? Da mache ich die, die Baumstamm-Säge. Bisschen Gays, okay? Hallo, ihr geilen Wischmops. Ich sage immer Melonen, aber ich glaube eigentlich sind das Kokosnuss, ja? Packt euch eine Brieftaube, schreibt eure Oma, hey Oma, Hübi hat hier ein neues Projekt gestartet. Hilfe, ich werde von meinem Hund angegriffen. Dann, äh, gib ihm ein Leckerli. Ne, dann denkt er, er kriegt immer ein Leckerli, wenn er dich angreift. Gib ihm kein Leckerli. Gib ihm Pizza Hawaii. So im Takt des Babyschütteln, oder? Was machst du da drin? Warum schläfst du nicht? Hallo? Moment mal. Ich bin ein Junge. Oh, was bin ich für eine Bitch. Guck dir meine Brüste und meine fülligen, blonden Haare an. Du Ichis Telefon vibriert. Ich wurde damit offiziell aufgedeckt, meine lieben Freunde. In Wirklichkeit lüge ich euch einfach nur an, um euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Willst du mich hier abfüllen, oder was? Fischpacke und Wodka, was wird denn das hier für eine Nummer? Denk ich bin Alkoholiker, oder was? Gib mir in die Niere, gib mir in die Niere. Ah, ah. Ich nehme hier auf jeden Fall das Schwert mit. Das Schwert mit. Das Schwert mit. Ja, ja, wahrscheinlich. Aber sowas von safe. Ich brauche doch ein Schwert. Michael Schumacher ganz, ganz stark aus seinem Unfall wieder aufgewacht. Zurück im Weltall. Orientierungssinn nicht vorhanden. Zu viel Füße im Schädel. Na klar. Wir sind drei Kilometer in die Tiefe gestürzt. Das war auch eher als rhetorische Frage gemeint. Freunde. Wir body you auf. Stalin, du hast gar nichts verpasst, Bruder. Du hast gar nichts verpasst. Guys, look at this. Das ist der schwarze Gürtel in Blasen. Ey, einer ist eingefroren und einer liegt bei Cooks auf dem Boden. Ey, guck mal. Meine neue Gucci-Handtasche. Hallo, guckt mich an. Gebt mir jetzt die Aufmerksamkeit. Du, Lass es an! Stell dir vor, dir geht einfach in deinen Garten raus. Da steht eine Gießkarte und dir gießt einfach Geld. Ja, Kev, du hast die Minions noch gehört. Aber vor den Minions kam auch noch mal kurz Kontra K mit Megalovania um die Ecke. Switch-Flip-Boden zum Beat-Wechsel. Ja gut. Habe ich heute vielleicht auch zu tief ins Weinglas geguckt? Oh nein, ich will den neuen Part nicht. Toad, du gibst dem Video kein Like. Jetzt werde ich dich vergewaltigen. Viel Spaß, Goomba. Ich muss jetzt döner essen, 10 Gramm Gras rauchen, um wieder runter zu kommen. Ich habe mal einen Obdachlosen 20 Euro gegeben und da hat sich herausgestellt, das war gar keiner. Was war das für ein Obdachloser? Hat Hybi Geld für Alkohol gebraucht oder was? Ich finde Gefallen daran, mich zu quälen. Arbeit verrichten. Als ob ich das könnte. Dann komme ich mir mal vor wie so eine, wie so eine, ja sagen wir es doch einfach wie es ist, eine, ähm, wie, äh, wie, äh, ihr wisst was ich meine. Und die Sequenz kann ich nicht skippen. Ich meine natürlich, so wie du dich verhältst, nenne ich mich auch, passt so. Dann werde ich ja mal ein bisschen leiser und ein bisschen pornöser. Dann kam etwas Unerwartetes. Auf einmal küsste er mich. Und dann, dann nehme ich nur noch ein paar Videos auf und lege mich dann auf meine Couch und, äh, keine Ahnung, masturbiere den ganzen Tag. Aber der hat eine hübsche Mutter, muss man sagen. Manche denken, ich bin schwul. Und dann denken sie, ich bin ein schwuler, bester Freund. Dann sage ich, ich bin kein schwuler, bester Freund. Lass uns in die Kiste hüpfen. Und dann die so, okay, wenn du das willst. Ich muss die ja auch noch ohnmächtig prügeln, wenn die dann am Boden sind. Was? 5000 Punkte, ja du Sau. 5000 Punkte in deiner Drecks-Challenge. Schieb sie dir in deinen Hintern und lass dich nie wieder blicken. So viel Kummer. Ich habe 10 Millionen auf meinem Bankkonto, aber es juckt mich nicht. Weil meine Jugendliebe hat nicht verlasst und jetzt bin ich traurig. Sorry Apache, dass ich deinen Song so misshandelt habe. Tut mir leid. Vielleicht erkennt Mario diese Nase als männliches Geschlechtsteil und dann ist es ja legitim. Ich dachte, man kann nur von hinten gießet werden. Ich bin's, Hübi. Ich habe ihr ein Leben abgezogen. Ich habe zwei verloren und damit ist er. Ich habe alle meine männlichen Hormone abgegeben. Auf einmal öffnete sich Frau Ahlers Pornhub-Seite. Der Schrei von Kreisch, Schrecke lehnt dich am neunten Tor. Ja, ich lehme gleich deine Mom. Ich fotografiere die Vögel, weil ich dann fünf Sechserwürfel und auf dem Raketenfeld lande. Das ist nicht die A3, auf die ich sonst so abfahre. Wenn meine Puppe so schmecken würden, dann würde ich auch überlegen, sie zu essen. Ja! Feiere ich einen Zauberer oder einen Drache? Höre ich auf zu existieren? Bin ich retarded? Ich glaube, ich bin retarded. Ich meine, ist doch kein Problem, wenn ich kleine Zähne habe, wenn ich einfach einen Riesenschlung in der Hose habe. Friss deinen eigenen Schwanz. Ich gönne euch Schweizer mal das Arrogante. Ich meine, ihr habt nicht viel, aber die Arroganz lasse ich euch. Richtiger One-Head gerade. Deine Mutter ist ein One-Head. Hey, du siehst nicht mal das Wasser. Wie kann man sowas machen? Wir sind unterwegs. Fünschein! Das macht dann 3,50! Unis gefüllt 24,7 Ferien. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Studenten erreichen ja auch nichts in ihrem Leben. Können es dann zum Glühwein trinken treffen. Ist das Shirt atmungsaktiv? Ja, total. So, hier ist die Toilette, Guys. Lass mal was trinken. Wir müssen erst noch sein Liebesleben retten, bevor wir Hasen verprügeln. Also ich bin halt wirklich am überlegen, ob ich jetzt einfach zurück nach, äh, ob ich einfach zurück nach Bier. Ihr wisst schon. Ein Bier und ein Wein, das schütte ich mir heut rein. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ich geh ins Bierzelt, hab Spaß und bestell mir ein gebratenes Hähnchen. Im Dirndl und Lederhosen reich ich dann Personamucke ein. Oh, yeah. Gebt mir all euer Geld. Los. Ich mach ernst. Und dann dieses Klöck und dann so. Ich hab ja auch gelernt. Ich versuch beim Flüstern immer sehr laut zu sein. In meinem Schritt geht's Bombe, Bro. Da kann ich, äh, das kann ich bestätigen. Ihr habt gedacht, ich krieg das also nicht hin. Ja, Pech gehabt. Gebt mir eine neue Herausforderung. Das war ja lächerlich. Hehe. Ich werde Kollegen von dir finden und sie dann verkaufen, dass sie zu Fischstäbchen verarbeitet werden. Hehe. Warum muss ich immer den Bedürftigen helfen? Boah, boah, riecht das auch? Schlechte YouTuber überall. Boah, 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 boah. Boah, 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 boah. Bruder, kennst du Satan? Freunde, Freunde, kennt ihr Satan? Meine kleine Mini-Bar, sag ich mal, alles, was sich so über die Zeit angesammelt hat. Jägermeister sollte eigentlich nicht vorne stehen. Eigentlich sollte das Satan-Comfort vorne stehen. Da hast du ja ein Whisky-Glas dabei. Du bist aber noch nicht mein, mein Samen-Problem. Hab meine Katze in den Ofen gesteckt. Jetzt schmeckt mein Eis nach Pfeffermünn. Mein Lieblings-Struber ist das Thema der Schule gekommen. Ist das ja auch ein Thema? Ist das Thema, ist nicht so viel wie ich bin neu, ich bin neu da, ich bin neu, ich bin neu da bin. Ich bin ein Hakenhagel, an dem du dir jetzt gleich deine Knöchel blutig schlagen wirst. Weil ich will mir jetzt ein letztes Mal deine Faust. Alter, richtig die Nase gebrochen und das hast du ja sowas von verdient, mein Freund. Danke, Flöte, für den Prime-Sage! Ah, Riesen-Papaya, Banane, Papaya-Orange! Rick to Sempra, Rick to Sempra, Rick to Sempra, Rick to Sempra, Rick to Sempra! Rick to Sempra! Oh mein Gott, was ist das denn, Adda? Oh, ich muss das Baby machen, holy shit, wo du sich hin? Danke Ihnen, Mrs. Sprout. Sie sehen heute besonders gut aus. Channel 1